Das heißt nicht, dass es das alles wie aus Gaura und weiß ich was ist. Es ist nicht nur Jungkäse, wir haben vieles in Deutschland, das ist alt und echt richtig alt, das ist scharf und das schmeckt gut. So, wir haben jetzt drei verschiedene Sorten, Schweizer Käse, Holländischer Käse, ganz alt und Parmigiano. Und wir fragen jetzt unsere italienischen Gäste aus Neapel, was sie davon möchten, welche sie am besten haben. Käse? Käse und Parmigiano. Welche Formagio ist das besser? Prima, ich wollte es sagen. Ja. Das ist gut. 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 Ich glaube, wir können feststellen, dass die alte Käse, die holländische Käse gewonnen hat. Ja, gut gemacht. Gut gemacht. Ich gucke es dir gut gemacht. Das ist richtig. Das ist gut. Vielen Dank.